Jungs, wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns. Ich erwarte einen tobenden LT-Applaus für Bobby Boucher, der ist für dich. Danke sehr, Mr. Lawrence Taylor. Verraten wir. Was ist dein Geheimnis? Wie schaffst du es, immer in der richtigen Position zu sein? Das ist eine gute Frage. Also es passiert folgende, der Center hat den Ball zuerst und der Quarterback sagt, dann gibt der Center, er gibt den Ball, den Quarterback in die Hände und ich mache dann folgende, ich gehe auf den Quarterback los, sei denn, er gibt den Ball an irgendjemand anderen weiter, dann versuche ich natürlich den Spieler umzuhauen. Jungs, damit kommen wir gleich zu unserem nächsten Punkt. Keiner macht den Drogen.